Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Kunstmuseum Ahrenshoop. Sie sind wieder da, die Ahrenshooper Filmnächte. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause trifft sich nun zum 16. Mal wieder der junge, anspruchsvolle deutsche Film im Ostseebad Ahrenshoop zu einem Filmfest mit inzwischen überregionaler Strahlkraft. Das Kunstmuseum Ahrenshoop als neuer Gastgeber wird für die Zeit der Ahrenshooper Filmnächte zu einer Eventlocation in der Film auf bildende Kunst trifft. Ein großer Kinosaal und eine Cinema-Lounge für Filmgespräche und Sonderveranstaltungen bieten dem Zuschauer eine angenehme Atmosphäre. Das Foyer des Museums wird zur Bühne für die Eröffnung und für die Filmparty am Preisverleihungstag. Alle Wettbewerbsbeiträge werden vor ihrem offiziellen Kinostart gezeigt und konkurrieren um den Juryförder- und Publikumspreis. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am 16. November wird der Film Orphia in Love von Axel Ranisch gezeigt. Außerdem gibt es am 17. und 18. November die Streifen Wann kommst du meine Wunden küssen und mehr denn je zu sehen.